jetzt weiß ich nur nicht wie lange ich sehen kann dass ich gesucht werde weil ich finde gerade das symbol nicht dass du meinst du hast mit tieren sprechen aktiv ist so lange rast und sonst nichts so wie ich das hier sehe also man schon wieder abgelaufen sein ja da wo deine über deinen begleiter porträt da stehen deine statusmeldung ach so wo da jetzt bei mir nur mit ihr entsprechend steht da müsste dann gesucht stehen oder irgendwas ja dann kaufe ich halt den schnaps ich habe die vermutung dass der eine typ nur redet wenn er halt ein bisschen alkohol kriegt welcher typ braucht ihr noch was ich will deine tasche wieder ausräumen du sagst du hast mich ins gefängnis gesteckt oh ihr seid wieder da nach eurer haft ok braucht ihr noch etwas genau so ungefähr das kann weg der morgen stellen kann weg anders als ich nicht wundern dass nach zehn minuten schon wieder aus dem knister aus bricht es ist malta rot 23 bisschen kohle noch dazu so so benehmt euch bitte ja der beobachtet mir jetzt ich hab die köchin angesprochen kann jetzt als trau antworten dieser fraß ist unter meiner würde der beobachtet mich jetzt okay diebstahl mit ihm wird nichts mehr so ich versuche noch mal mit ihm zu reden ok das klappt nicht gegenstand erhalten grütze toll kann man auch voll gebrauchen ein bisschen grütze die haus bitte die koppel priesterin um hilfe genau die koppel priester um hilfe bitten ach die ist jetzt in der parztasche heilen 3 bis 12 ok so bitte find ein heilmittel ok ruin heilen begleiter der bleiche elf abgeschlossen ok akzeptiert das potenzial erkundet die kräfte deiner parasiten parasiten ja ich guck gerade was wir alles tun können noch was ist denn wenn wir jetzt hier lang gehen ja cool ich habe gerade mal eine kurze rast gemacht hatte mal der junge ist wieder da ich habe wieder in sein loch verschwindet motiv erkennen wohin bist du dann letztes noch mal verschwunden musste zehn würfeln ich habe einen neuen aber ich habe plus zwei das heißt ich habe elf nicht sehr gesprächig überzeugen ja wir fügen noch ein bonus hinzu ach guck mal der hat eine tor anschein hinter sich ich habe 13 gebürfel ich habe jetzt zehn gebraucht er legt und greift nach einer verborgenen klappe danke dass du die tür gezeigt hast der wirklich reden kann er nicht hallo hallo ich gehe einfach weg verborgenen luke wo sind wir denn jetzt gelandet oh wieder in irgendeiner hülle würde ich behaupten aber du hast jetzt keine zaubert in dem wir weiter springen können ne aber ich habe einen fliegenden diener kann er sachen tragen da hinten ist nämlich eine kiste weiter mehr bringt uns nix ne ne schade ich habe jetzt auch keine schriftrolle dabei mol wir sind Kinder improvisierte nahkampfwaffe hast du denn das gelauere improvisierte nahkampfwaffe nimm einen gegenstand oder eine kreatur und führe damit einen nahkampfangriff aus will ich ja sehen wie man sitzt gerade mit einer ratte oder wirst du ich kann die katze werfen bist du gemein ich würde das niemals mit echtem tier tun na na lass mich reden ich hätte auch nicht gedacht dass es geht hast du das mit improvisierter waffe oder mit werfen gemacht ach so okay mein teufel ist zu schwer zu werfen na was kann ich für dich dann werde ich mal mit Haki aufbrechen können wenn es soweit ist okay ich dachte ihr könnt euch vielleicht hilfe gebrauchen Sonne, was klauen von den Druiden? Die scheinen eh nicht ganz geheuert zu sein. Ob Klaus war so genau alles, was nicht angenagelt ist. Ja, hast ja recht. Du hast ja recht. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, der Junge braucht alles. Die Überswerkzeug, zwei Stück. Ja, gut. Die würde ich sogar ausnahmsweise von ihm kaufen wollen. Aber nur ausnahmsweise. So. Nein, nein, nein. Ich gehe weg. Ich brauche auch Sprengkarni nicht. Ich glaube, da ist auch nichts. Nö, ich glaube nicht. Hier ist ein Liebesversteck. Okay, ihr würdet jetzt ungerne von Kindern klauen. Irgendwo hat sein Dieb aus seinem Prinzipien. Wo können wir denn... Wo können wir denn da hin? Wo können wir da einfach wieder zurück? Ja, ich glaube, nee, es ist hier nicht. Das kannst du gerade nicht nutzen. Da ist ein Loch, aber ich kann es nicht nutzen. Okay. 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 Äh, wo hast du eigentlich Schattenherz geparkt? Oh. Äh. Ja. Achso, weil ich wahrscheinlich ein Dieb erzappt worden bin, ist sie jetzt... Achso, ja, das kann sein. Aber wir kommen auch nicht mehr zurück. Ach doch, wir kommen mal. Nummer vier einmal wieder eingruppiert. Ja, hab ich schon. Nicht schlecht. Achso, du hast noch nichts gesehen, Herr. Geh' mal, geh' den Ring und guck' deinen Fortunen anzusehen. Oh, das ist ja geil. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Ja, ich muss zumindest jetzt zehn würfeln. Ah, guck mal. Wunderbar. Genau. Frag' dem Kleinen, wie es richtig geht. Okay. Weeping, bleeding hells. Okay. Maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. ich bezahle ich mit erfahrung der ring gehören mir ist okay es ist auch kopf ok Den Ring zurückgibt und gehen? Halt ein einziger Wünsler, weiß noch lange nichts. Wieder Kopf. Ich trau den irgendwie nicht. Ich hab noch mein Gold. Wann braucht der denn bei mir so lange, bis er aus dem Gespräch wieder rauskommt? Ich weiß nicht. Was hat der denn zu verkaufen? Ein Bierkuch. Okay. Zintflasche. Okay. Naja. Wieder Diebeswerkzeug. Kann gerade nicht genutzt werden. Ach. Ich glaube, wir sind zu groß. Deswegen? Ach so. Vielleicht könnten wir auch nur... ...athletisch. Motivekenschweigenmustern vielleicht sind... ...ist nur Krokodilsdrehen. Erwischt! Erwischt! Aha. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das nicht mehr machen, Mathis. Entschuldigung! Ja. Das war doch nämlich. Hey. Du bist hier, um zu verkaufen oder? Deine Partnerin ist eine Diebin. Ich weiß. Ich stand gerade hier, zu erzählen, ihr zu robben. Der leugnet das nichtmals. Äh. Du kannst es wieder googeln. Gib mir den Anteil von deiner Beute. Fine. Ich bin nicht so gut an counten, aber ich denke, dass jede Prozent der Zero ist Zero. Schau. Du hast eine Korte. Gut für dich. Und du willst einen Kump, wie alle anderen hier. Ein guter Lieb. Mach Platz für die Kumpen. Und macht Platz für die Trottel. Ist klar. Ich bin nicht egal, was der Moll sagt. Ich bin schuldig und redig. Du hast mich nie wieder erschrocken. Und ich werde dich zu einem Moll. Mann. Ich bin gut. Stopp' es. Unser kleiner Hellion hat uns gesagt, was passiert. Danke. Ich weiß nicht, was wir ohne sie tun haben. Abgeschlossene Tarabella? Das war doch die, die gerade vor dem Druid fast von der Schlange gebissen worden ist. Aha. Das hätte böse enden können. Behaltet sie aber jetzt den Auge. Dein Langfinger ab jetzt bei dir. Ja, genau. Das hat der große Langfinger im ganzen Dorf. Ja. Oh. Medaillon gewährt den Träger der Fähigkeit, tanzende Lichter zu wirken. Könnte vielleicht nicht schlecht sein, um Höhlen zu... Ähm... Besser auszubrechten. Cool, so kann man sagen. Hauer? Warte mal, ich habe eine Vermutung. Was? Ach so. Ja. Ich dachte du war hausig. Hm. Hm. Ach der ist rollig. Aber mir ruckert es gerade ein bisschen. Ich, ich versuche mal mit dem Bären... Warte mal, Vogel. Topaz. Mach mal ein Fahrstuhl frei, genau. Oh, ich brauche eine 10. Ach komm. Ach komm. Ach guck mal, ich habe eine 11. Bitte nicht so weit reinpacken. Ich glaube, die passt da nicht rein. Die Münze, die passt da nicht rein. Ich weiß nicht. Hm. 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 Wir können schlafen auch reden. Hm. Was ist das? Okay. So, wir können den Aufzug jetzt nutzen. Ach ja, da ist wieder dieses Killerhörnchen. Ach ja. Ich gehe mal wieder weg. Das Killerhörnchen ist mir nicht ganz geheuer. Oh, was unterhältst du dich gerade? Irgend so einen Typen, der über die Goblins was wissen wollte. Ein Drache? Da war kein Drache. Ach, der erzählt in der Story. Oh. 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 Oh, wir haben schon drei Uhr. Aber ich glaube, der Goblin ist nicht wert. Aber ich glaube, der Goblin. Warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Achso. Natürlich. Ein Drachen macht jede Geschichte besser. Der Sintelverstand eines Baden. Ähm. Habe ich die Kinder richtig verstanden? Die wollen, dass wir das Ding da in der Mitte stehlen, wo alle drauf gucken. Ja. Ist der Bär betrunken? Welcher Bär? Der mit den Bläschen überm Kopf. Ich glaube, der pennt. Was war der, der da pennt hat? Ja, aber wenn er schläft, dann wäre er eigentlich. Ich habe mir einen Fisch gegeben zum Essen, dann ist er weggegangen. Also ich habe den Fisch in der Ecke geworfen und dann ist er dahin gerannt. Sagen wir es so. Das hat ein Boss zu sagen. Das hat ein bisschen. Das ist ein bisschen. Der Mann ist schläftig meine Geschichte. Ich bin weit von Hause. Als der blöde Mann beginnt, der Bärs schläftigsthe, der Bärs schläftigsthe, ein bisschen schläftigsthe. Der Bärs schläftigsthe. Der Bärs schläftigsthe. Der Bärs schläftigsthe. Ein Getränk freigeschaltet? Kann man mit dem Baren handeln? Okay, ne, das interessiert mich nicht. Scheinbar. Die Leute haben das virtual, die scheinen alle nur in der Formel zu zitieren. Okay, wir haben hier die Quest, das Ding zu stehlen. Ich habe keine Ahnung wie. Ja. Eine gute Frage. Aber was ist das? Wo ist eigentlich der Eingang? Alfira. Ja, wo bist du denn jetzt? Oh, so Reben, Eichhörnchen. Da geht es einfach weiter? Okay. Okay. Joa. Ich würde das machen. Das ist doch wahr. Hallo, die singt da und... Oh, das wäre gemein. Boah, das wäre richtig gemein. Ja, komm. Das kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Also, ich würde es nicht wundern, wenn jetzt ein Minispiel kommt. Dein Blick ist geil. Ja, ne? Ja, einfach so. Was will die von mir? Ja. 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 Hören wir doch mal still zu. Hören wir doch mal still. 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 Oh, okay. Sorry. So heinartig. Ja, ist klar. So lieblich, so heinartig. Ja. Die Kopplen scheint ganz schön scheiße zu sein. Irgendwie. Ja. Jetzt ist es richtig hart. Solche Trauergeschichten hört man jetzt ständig. Ich werde es härter, sonst sterbt ihr. Ja. 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 Ja.